Willkommen in der Welt von Belimit. Belimit ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Systemlösungen für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation in Medizin, Pharma und Labor. Elf Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien sowie zahlreiche autorisierte Partner sichern eine breite internationale Präsenz. Belimit ist eine unternehmende Metallzuggruppe, die mit rund 2700 Mitarbeitenden eines der erfolgreichsten und beständigsten Schweizer Unternehmen ist. Belimit forscht, entwickelt und produziert an insgesamt vier Standorten in Europa und weist dank erstklassigen Leistungen ein starkes Wachstum auf. Über 800 motivierte Fachleute orientieren sich an den Anforderungen unserer Kunden. Alle Anlagen werden nach den neuesten Richtlinien und auf Basis der Kundenbedürfnisse entwickelt. Sie sind der Maßstab in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit. Durch die langlebige Konstruktion, die erstklassige Fertigungsqualität und die detaillierte Prüfung garantieren wir höchste Zuverlässigkeit der Anlagen. Belimit bietet professionelle Systemlösungen für den gesamten Aufbereitungsprozess in der zentralen Sterilgutversorgungsabteilung der ZSVA. Wir unterstützen Krankenhäuser und ZSVA-Dienstleister mit individuellen Lösungen. Von der Anwendung im OP über die Reinigung und Desinfektion, das Verpacken der Instrumente, die Sterilisation, die Lagerung bis hin zur Wiederverwendung im OP. Gemeinsam mit unseren Kunden, ihren Planern und Architekten planen wir eine den individuellen Anforderungen angepasste ZSVA. Im OP wird täglich eine große Anzahl Instrumente benötigt. Im Zentrum steht die Sicherheit für den Patienten. Die Instrumente müssen für jede Operation in einwandfreiem Zustand, also sauber gereinigt, trocken, funktionstüchtig und steril bereitgestellt werden. Nach Gebrauch werden die kontaminierten Instrumente in Containern gesammelt und in einem Lift oder einem Entsorgungswagen in die ZSVA geliefert. Dort werden sie für den nächsten OP-Einsatz wieder aufbereitet. Ein volles OP-Programm erfordert einen speditiven und effizienten Ablauf in der Wiederaufbereitung der Sterilgüter. Zum Wohle unserer Patienten ist es nötig, dass diese in einwandfreien Zustand so schnell wie möglich wieder für den nächsten Einsatz verfügbar sind. Kommt es in der ZSVA zum Stocken in der Wiederaufbereitung, hat das direkte Konsequenzen für den OP-Betrieb und somit auch für den Patienten. Deshalb ist es für uns von äußerster Wichtigkeit, dass die ZSVA über geschultes Personal optimale Abläufe und einwandfreie Anlagen verfügt. Beim Eintreffen der gebrauchten Sterilgüter in der Nasszone der zentralen Sterilgutversorgungsabteilung werden die Instrumenten Siebe im ZSVA-Managementprogramm erfasst. Ab nun kann der gesamte Aufbereitungsprozess jederzeit nachverfolgt werden. Zur Vermeidung von Sprühschatten müssen Produkte wie diese endoskopischen Instrumente sorgfältig zerlegt und in spezielle Halterungen gelegt werden. Dadurch werden sie optimal gereinigt, desinfiziert und getrocknet. B-Limit-Instrumentenbeladungsträger sind standardmäßig mit Lür-Lock-Anschlüssen versehen. Der ZSVA-Mitarbeiter verbindet den Lür-Lock-Anschluss mit dem Spülschlauch. Dadurch werden Hohlkörperinstrumente während der Reinigung von innen gespült und getrocknet. In einem nächsten Schritt erfolgt die maschinelle Reinigung, Desinfektion und Trocknung. Die Instrumentensiebe werden wiederum eingescannt und der Beladungsträger wird automatisch in die Maschine antransportiert. Mittels eines Sensors erkennt das Gerät den Beladungsträger bzw. die Waschgutart. Das richtige Programm wird selbstständig gestartet. Mit den B-Limit-Taktanlagen können bis zu 75 Instrumentensiebe pro Stunde aufbereitet werden. Kombiniert mit den Einkammergeräten WD290 bietet sich den ZSVAs eine Gesamtanlage mit hoher Leistungskapazität und optimalem Platzbedarf. Nach der Trocknung wird das Desinfektionsgut automatisch in den sterilen Packbereich transportiert. Nachdem das gereinigte und desinfizierte Instrumentarium abgekühlt ist, nimmt der Mitarbeiter den Siebinhalt mit an seinen Packtisch. Es folgt die gründliche Funktionskontrolle und Prüfung auf Sauberkeit. Die Instrumente werden kontrolliert und wieder zusammengebaut. Das Packen erfolgt nach einer klar definierten Packliste. Der Siebinhalt wird hier zusätzlich in eine Innenverpackung, ein Vlies, eingeschlagen. Der Container schützt den sterilen Inhalt nach der Sterilisation über einen definierten Zeitraum. Der fertig gepackte Container wird verplompt. Einzelne Standardartikel durchlaufen im Wesentlichen den gleichen Instrumentenkreislauf wie die Siebe. Das Einschweißen der Instrumente und Medizinprodukte erfolgt nach standardisierten Arbeitsanweisungen. Es folgt der Sterilisationsprozess. Durch die Erfassung des Barcodes wird das optimale Sterilisationsprogramm gewählt. Sobald der Sterilisator frei ist, wird er automatisch beladen und das Programm selbstständig gestartet. Der Sterilisationsprozess beginnt. Ist der Sterilisationsprozess beendet, wird der Chargenwagen automatisch aus dem Gerät heraustransportiert. Mit der Überprüfung und Freigabe des Chargenprotokolls endet der Aufbereitungsprozess. Der Zyklus dauert damit ca. 4 bis 5 Stunden. Die Ware wird nun im Sterilgutlager eingelagert, bzw. wieder in den OP gebracht. Mit dem Eintreffen der aufbereiteten Instrumente im OP schließt sich der Kreislauf des Aufbereitungsprozesses. Die Instrumente stehen wieder für den nächsten OP-Einsatz bereit. Um die hohen Anforderungen der Hygiene, wie auch der Patienten, der Ärzte und des Operationssaales zu erfüllen, ist es für uns wichtig, einen erfahrenen Partner mit einem fundierten Wissen und einem breiten Systemlösungsangebot zu haben. Nicht nur die Anlagen, sondern auch die Dienstleistungen gewinnen für uns zunehmend an Wichtigkeit. So ist z.B. die Validierung der Wiederaufbereitungsprozesse für die Qualitätssicherung eine unumgängliche Maßnahme. Unsere Validierungsdienstleistungen und Routineprüfungen werden nach den aktuellsten, länderspezifischen Richtlinien und Normen durchgeführt. Die werksgeschulten Validierungsspezialisten verfügen über eine langjährige und fundierte Erfahrung. Dadurch garantieren wir unseren Kunden optimale Sicherheit. Für die Aufzeichnung der Prozessdaten verwenden wir ausschließlich Validierungssysteme der neuesten Generation. Wir sind auch nach der Installation rund um die Uhr für unsere Kunden da. Die Verfügbarkeit der Anlagen hat höchste Priorität. Dank einem umfangreichen Ersatzteillager können wir Ersatzteile unabhängig von Modell und Baujahr sofort ausliefern. Durch unser internationales Bellimit-Netzwerk und autorisierte Partner garantieren wir kurze Reaktionszeiten und einen persönlichen und kompetenten Einsatz vor Ort. Auf Wunsch bieten wir auch spezielle Dienstleistungen, wie zum Beispiel maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Die Meinung unserer Kunden ist uns wichtig. Durch systematisch betriebene Innovationsprozesse und stetigen Kundenkontakt sichern wir die ständige Neu- und Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Unser oberstes Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.